Hallo meine Lieben, heute zeige ich euch, wie ihr diese hübschen Babyboomer-Nägel ganz einfach nachmachen könnt. Alles was ihr dazu braucht sind Unterlack, einen nudefarbenen Nagellack, weiß, Überlack und ein Make-up-Schwämmchen. Ich verlinke euch die verwendeten Produkte wieder unten in der Infobox. Dann kann es auch schon losgehen. Zunächst lackiere ich mir alle meine Fingernägel mit Unterlack und anschließend in zwei Schichten von dem nudefarbenen Nagellack. Jetzt nehme ich das Make-up-Schwämmchen und entferne erstmal mögliche Fusseln, damit die uns nachher nicht stören, mit Klebeband. Dann nehme ich den nudefarbenen Nagellack und lackiere davon etwas Farbe auf das Schwämmchen und direkt daneben dann den weißen Nagellack. Jetzt nehme ich das Schwämmchen und tupfe mir die zwei Nagellackfarben vorsichtig vorne auf den Nagel, sodass ein hübsches Ombre mit dem weißen und dem nudefarbenen Nagellack entsteht. Und diesen Vorgang wiederhole ich dann so lange, bis ich damit zufrieden bin. Musik Musik Untertitelung. BR 2018 Zum Abschluss lackiere ich mir nochmal alle meine Fingernägel mit Überlack. Das sorgt auch nochmal zusätzlich dafür, dass das Design schön verblendet und am Ende auch länger hält. Und so sehen die fertigen Babyboomer Nägel dann aus. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt ihm gern ein Däumchen nach oben und abonniert meinen Kanal, damit ihr keins meiner weiteren Videos verpasst. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal.